Jetzt noch ein Aspekt, der weniger für die Prüfung, aber doch vielleicht fürs Leben interessant sein kann. Auch für die Praxis, weil es ist ein Thema, das für sehr viele Menschen sehr große Bedeutung besitzt. Es geht um, wenn Sie mir erlauben, es etwas provokant auszudrücken und zu formulieren, dann könnte man sagen, es geht um den Sexismus in der Subkutis. Denn an dieser Stelle möchte ich eine Wahrheit aussprechen, die für manche Menschen in dem heutigen Zeitgeiste vielleicht sogar etwas irritierend sein könnte. Aber ich wage es einfach mal, nämlich die Tatsache, dass Männer und Frauen unterschiedlich sind. Ich weiß, ich weiß, politisch nicht sehr korrekt und ich hoffe, dass ich jetzt nicht irgendwie irgendjemandem auf die Füße trete, aber ich schaue jetzt nicht aus der Sicht politisch ideologischer Fantasien, sondern ich schaue jetzt einfach ganz nüchtern aus Sicht der Biologie auf dieses Thema. Und hier muss ich Ihnen einfach sagen und die nackte Wahrheit offenbaren, Männer und Frauen sind biologisch nicht gleich. Wenn Sie das erstmal verkraftet haben, steigen wir langsam ein. Und ich werde jetzt versuchen, das auch natürlich anatomisch zu unterfüttern, was ich hier so einfach dreist behaupte. 20 Prozent der Körpermasse eines gesunden, erwachsenen Mannes besteht aus Fettgewebe. Bei der Frau sind es über 25 Prozent, also wesentlich mehr. Das subkutane Fett macht ca. 50 Prozent des gesamten Speicherfetts aus. Im Geschlechtervergleich ist das subkutane Fett bei Frauen stärker ausgeprägt, was sich natürlich an den runderen Konturen zeigt. Der Unterschied betrifft jedoch nicht nur die Fettmenge, sondern auch ihre kollagene Ummantelung. Und insbesondere in der obersten Fettschicht der Subkutis, die bei Frauen wiederum dicker als bei Männern ist, finden sich bei Frauen wesentlich weniger Bindegewebssepten. Da war die Natur, ja, etwas, sagen wir mal, unfair. War sie das? Oder hat die Natur sich etwas dabei gedacht? Naja, wenn ich schon so frage, dann ahnen Sie schon die Antwort. Die Fettgewebehaltigen Kammern sind bei den Damen größer. Weniger Septen, größere Kammern. Dazu kommt aber noch etwas. Die Bindegewebigen Septen, die beim Mann nicht nur eine senkrechte Verlaufsrichtung zeigen, sondern auch quer und diagonal verlaufende Faserungen zeigen, die sind eben wesentlich stärker ausgeprägt als bei der Frau. Bei der Frau, hier haben wir vor allem senkrecht orientierte Septen. Und damit ist sozusagen die Einkammerung bei den Herren stärker ausgeprägt und durch die verschiedenen Faserrichtungen insgesamt stabiler. Bei der Frau ist das Ganze lockerer, weniger Septen und die Septen eher nur senkrecht ausgerichtet und damit sehr viel weniger straff und sehr viel weniger durch kollagenes, festes Gewebe organisiert. Und wenn dann bei der Frau zum Beispiel dann diese senkrecht sich ausrichtenden Septen nach oben ziehen und dann die Fettkammern gut gefüllt werden, dann kann es durch diese Bindegewebigen Einziehungen hier dann zu kleinen Aufdellungen kommen. Das heißt, das Fett kann nach oben etwas aufploppen. Wie gesagt, davor ist der Mann eher geschützt, weil er da die verschiedenen Faserrichtungen aufweist und damit das Fett eben nicht so gut nach oben aufploppen kann. Evolutionär, eine völlig sinnvolle Einrichtung. Denn das macht die Natur ja nicht, weil sie die Dame jetzt irgendwie ärgern möchte, sondern es ermöglicht der Frau im Fall einer Schwangerschaft, sehr schnell und sehr viel Reservefett hier einzulagern. Das heißt, diese Wellenlandschaft, die dann entstehen kann, die sich am weiblichen Körper hier und da mal zeigen kann, ist evolutionär einfach gewollt. Also man könnte auch sagen, dieses Wellenmuster ist von der Natur her betrachtet etwas schier Urweibliches. Große Maler wie Peter Paul Rubens empfanden es als sinnlich und wussten das üppigere Subkutanfett inklusive der kleinen Wellen auf ästhetische Art und Weise auf die Leinwand zu bringen. Heute, da dürfen wir uns keiner Illusion hingeben, heute würden diese Bilder voll barocker Erotik den Kampf gegen Photoshop aber ganz sicher verlieren. Die kleinen Wellen erhielten dann auch einen modernen Namen. Zellulite, das Schreckgespenst vieler Damen. Und seitdem dieser Begriff in der Welt ist, sorgt er auch vielfach für Schrecken. Und obwohl es eine völlig physiologische Geschichte ist, eine völlig physiologische Erscheinung, wie gesagt, evolutionär gewollt, haben die Dermatologen sich trotzdem dazu verleiten lassen, diese Zellulite in drei Stadien zu unterteilen. Und das macht man eigentlich nur mit Krankheitsbildern. Nochmal, Zellulite ist keine Erkrankung. Es ist pure, schiere Physiologie. Und hat man den anatomischen Grund nun verstanden für dieses Phänomen, so muss man dann leider, auch da muss ich leider sehr hart sein, die Hoffnung fahren lassen, dass sündhaft teure Cremes oder Salben hier für eine Abhilfe sorgen könnten. Das ist hier wahrlich schwer möglich, weil dort, wo wir uns hier bewegen, im Bindegewebe der Subkutis, da kommt keine Creme der Welt hin, um da irgendwas groß zu verändern. Doch, ich meine das ganz im Ernst, viele Damen haben tatsächlich einen hohen Leidensdruck hier. Und, naja, erlauben Sie mir an dieser Stelle einen Hinweis, der für Ihre leidende Patientin vielleicht, vielleicht ein kleiner Trost sein könnte. Und hier verlasse ich jetzt einmal kurz den Pfad des um Sachlichkeit bemühten Medizinwissenschaftlers und insbesondere als Psychologe und Neurowissenschaftler, der sich lange mit den Gehirnfunktionen und damit auch der Frage, wie tickt der Mensch, beschäftigt hat. und nicht zuletzt einfach als Mann, wage ich einfach die Behauptung, dass die meisten Männer dieses Phänomen eher mit den Augen von Rubens sehen. und erlauben Sie mir dieses Kapitel mit den Worten einer sehr bekannten Dämatologin und Buchautorin, nämlich Yael Adler, die übrigens, das sei hier ganz kurz eingefügt, mit ihrem kleinen Büchlein, das den Titel Hautnah trägt, etwas sehr, sehr Schönes geschaffen hat, ein sehr empfehlenswertes Buch. Und sie schreibt in ihrem Buch zu den Stadien der Zellulite folgenden Satz. Und meine Damen, bitte, ich zitiere jetzt nur, aber ich stimme ihm 100% zu. Denn Frau Adler schreibt, Männern gefallen Frauenhintern in allen Stadien der Zellulite. Und damit überlasse ich dieser klugen Kollegin das Schlusswort dieses Kapitels. Hallo, mein Name ist der Amir Del Monte und schön, dass Sie diesen Clip angewählt haben. Viele meiner Studenten fragen mich, was mich inspirierte, meine Vorlesungen auf diese Art und Weise zu gestalten. Ich erzähle dann gerne, dass ich aus einem kleinen Ort an der kroatischen Küste stamme. Bis heute erinnere ich mich gerne an die warmen Sommerabende, als Facebook, Google und Smartphones noch in Utopia wohnten. Und selbst das Fernsehen nicht mit der spannenden Lebenswirklichkeit eines Heranwachsenden mithalten konnte. An diesen Sommerabenden saßen wir oft beisammen und lauschten den Geschichten, die die Älteren zu erzählen wussten. Sie handelten von Tragödien und von Geistern, von großen Sehnsüchten, erfüllten Lieben oder auch gebrochenen Herzen. Sie fragen sich wahrscheinlich, was das mit Medizin zu tun hat. Ganz einfach. Medizin lehren heißt für mich spannende Geschichten erzählen. Heißt Menschen in Erstaunen versetzen und begeistern, so gut ich es nur vermag. So erzähle ich meine Geschichten und freue mich, wenn auch Sie vielleicht lauschen mögen. Ich habe noch die Älteren in Erstaunen versetzen. Untertitelung des ZDF, 2020